Guten Morgen, gerade aufgestanden. Jetzt ist halb zwei Uhr morgens, wir gehen jetzt mal wandern und gehen hier. Den Namen kann ich jetzt gar nicht sagen, auf jeden Fall machen wir eine Tracking-Tour. Wir fahren jetzt wieder nur abgeholt, mal eine Stunde mit dem Bus und dann wandern wir zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden und dann schauen wir uns den Sonnenaufgang an von irgendeinem Berg aus. Den Namen zeige ich euch bald, sobald wir unten wieder nachfahren. Ja, bis bald. Ja, bis später. Auch hier kommen Roller. So, zwei Stunden steiler Aufstieg. Jetzt ist wahrscheinlich fünf Uhr oder sowas. Fünf Uhr. Ramona geht's gut, Marc geht's gut. Sieht man nicht? Jetzt sieht man nicht. Ja. Ja, und der Guide. Ryan. Ryan. Und Jonas, auch noch da? Okay. So, wir warten jetzt gespannt auf den Sonnenaufgang. Leider ist es etwas neblig. Ja. Wir hoffen alle, dass es noch so zieht. Also, Daumen drücken. Toi, 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 toi. Ich sehe jetzt überall Appen. Wir haben ja schon gegessen, das ist nicht so schlimm. Ich sehe hier, wo Vulkangasse auftreten. Es ist schon echt schön warm. Alles läuft an. Mhm. Mhm. So hard when it's so far. And your life divided. Then the hands break. Are you scared now? Don't be scared now. There's still time. It's not hard when it's not far. You're not lost. You'll find it. Still time. Oh. Oh, that's right, so when another time's came out. We are back in an opportunity. We hope that the video liked. Wenn ihr sonstige Ideen für künftige Videos habt oder jegliches anderes Feedback, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Wir würden uns sehr freuen darüber. Ja, ansonsten sage ich mal danke fürs Zuschauen und dann haben wir noch ein Anliegen und zwar wir würden gerne so viele Menschen wie möglich fürs Reisen inspirieren, weil es wirklich wunderbar ist und einem persönlich auch sehr viel bringt. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch bitte oder teilt es mit euren Freunden. Und wenn ihr uns weiterhin auf unserer Reise begleiten wollt um die Welt, dann klickt auf den Abonnieren-Button. Bis zum nächsten Mal. Tut euch selbst was Gutes, ihr habt es verdient. Ja, tut es. Zauber auf zum nächsten Mal. 見